Ja, meine Freunde, erst mal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit der ersten Spielanalyse zum Testspiel, zum ersten Testspiel in der Vorbereitung zur neuen Saison. Heute ging es gegen den 1. FC Verden. Verden, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus. Wir haben in zwei verschiedenen Ausstellungen gespielt, also Halbzeit, Halbzeit. Das heißt, wir gehen auch rein praktisch in die erste Halbzeit und gucken uns da in die zweite Halbzeit eben an und sagen vor allen Dingen da erst mal, welche Spiele haben uns vielleicht ganz gut gefallen, welche eher noch nicht so. Bitte bedenkt dabei, es ist natürlich das erste Testspiel, sei es ausbaufähig, ist natürlich so oder so danach. Das ist ja ganz, ganz klar. Vor allen Dingen für mich persönlich, wenn ich sowas gucke, geht es immer erst mal um die ersten Eindrücke. Wie zeigen sich die Spieler, wer kann sich vielleicht ein bisschen den Fokus spielen, wer kann auf sich aufmerksam machen, wer vielleicht weniger. Und das guckt man sich dann halt immer erst mal an. So, ihr könnt ja gerne mal euren Man of the Match unten reinschreiben. Das haben wir eigentlich die Jahre zuvor auch immer gemacht, dass wir immer unseren Man of the Match bei den Testspielen unten reingeschrieben haben. Ihr könnt auch gerne erste Halbzeit, zweite Halbzeit reinschreiben. Ich kann auch gerne gleich direkt sagen, welcher meiner war. Aber erst mal vielen lieben Dank an Proji, der uns dieses neue Design für die neue Saison eben schon mal gezaubert hat. Guckt mal hier, Freunde. Das kann auf jeden Fall ordentlich was, würde ich sagen. Willkommen bei der Spielanalyse, würde ich mal so sagen. Und das hier ist die Aufstellung, die habe ich gerade eben schon mal zusammengebastelt gehabt. Das ist nämlich die von der ersten Halbzeit. Und wir haben begonnen mit Jungfriede und Malatini in der Dreierkette. Backhaus war im Tor, Stay auf der Sechs. Auf den Achterpositionen waren Salifu und Hansen. Hansen ein bisschen weiter vorgerückt, so im Halbraum. Demann und Weiser über Außen, Durch und Bürg vorne drinnen. War eigentlich das gewohnte 3-5-2, was man so auch kannte prinzipiell. Und ich muss sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gesagt, ich freue mich am allermeisten. Hansen, muss auch sagen, Hansen hat auch ein gutes Spiel gemacht. Technisch hast du immer wieder diese kleinen Feinheiten von ihm gesehen. Wenn er dann mal sowas gemacht hat, er ist halt jemand, der kann auch mal Magie erzeugen. Ein Spaßfußballer, der aber auch sehr, sehr ballsicher und passorientiert ist. Also auch seine Pässe kommen sehr, sehr gut. Freut mich extrem, dass er auch so ein bisschen wieder was zeigen konnte. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo er am Ende der Vorbereitung steht. Also so auf welchem Stand er ist. Aber mit Abstand, der beste Spieler für mich im gesamten Spiel heute und auch den besten Eindruck hinterlassen, hat ganz klar Salifu, für mich persönlich. Salifu hat ein Bärenspiel gemacht, war ein absoluter Ballmagnet, konnte den Ball sehr, sehr gut verteilen. Er hat das Spiel richtig geleitet aus diesem rechten Achterraum heraus. Bei Kontern, Junge, ist der nach vorne gestürmt, wie keine Ahnung was. Also mit richtigem Tempo drin. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Extrem viel geackert, jeden Zweikampf angenommen. Hat sich einmal am Anfang festgespielt gehabt. Zwar ein sehr dummer Ballverlust, weiß er aber wahrscheinlich auch selber. Aber trotz dessen, abgesehen davon, super, super Spiel gemacht. Seinen Körper richtig gut eingesetzt. Hat auch nochmal hier ein bisschen, weißt du, ein bisschen was drauf bekommen gefühlt. Im Vergleich zum letzten Jahr. Im positiven Sinne gemeint. Also nicht, ne? Im positiven Sinne gemeint. Es ist breiter geworden. Gutes, gutes Tempo. Schöne Spiele über sich gehabt. Konnte da wirklich das Spiel lesen. Hat auch gemerkt, wenn vorne eben einfach mal zu ist, hat er nochmal abgedreht, nochmal nach hinten gespielt. Das war ein sehr, sehr guter Auftritt von Salifu. Und natürlich hast du bei sowas die Hoffnung, dass er da ranknüpfen kann in den nächsten Spielen. Weil dann muss man auch sagen, ich weiß, Clemens Ritter hat gesagt, am wichtigsten für ihn ist eben, dass er auch Spielpreises bekommt. Aber mit so Auftritten, da spielst du dich in den Fokus von uns selber. Und da musst du eigentlich bei uns durchstarten. Das ist einfach so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass er sich so zeigen konnte. Habe ihn ja damals in der Vorbereitung schon sehr gelobt gehabt, wo er danach zu Juve gegangen ist. Also zu Juves zweite Mannschaft. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn er es schafft, bei Werder sich durchzusetzen. Ist auch ein ganz, ganz feiner Kerl. Er hat es schon das ein oder andere Mal mit ihm geschrieben gehabt. Ist wirklich ein ganz, ganz feiner, cooler Kerl. So, trotzdem, Hansen eben auch sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Immer wieder ein Ansätzen. Dem Mann muss man sagen, er hat viel getan für die Mannschaft. Er ist die Linie auch wieder hoch und runter gerannt. So wie man es auch von ihm kennt. Er ist ja auch, also in all den Spielen bei Werder, wenn er auf dem Platz ist, ist er eigentlich fast immer der laufstärkste Spieler. Aber man muss auch sagen, dass ein sehr, sehr großer Teil seiner Flanken halt echt extrem ausbaufähig noch sind. Also sehr, sehr oft ist er am ersten Gegenspieler direkt gescheitert bei den Flanken. Die kamen viel zu ungenau oder viel zu kurz. Das darf natürlich nicht sein. Da muss noch eine Schippe draufgelegt werden. Oliver Birk hat das Tor gemacht. 1 zu 0. Das 1 zu 0 hat er geschossen. Das Spiel am Ende ist übrigens ausgegangen. 2 zu 0. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gesagt habe. 2 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. 1 zu 0 hat Oliver Birk gemacht. Nach einer guten Steckpassvorlage von Marvin Dugsch hat er gut gesehen. Schnittstellenball. Da musste der Ball auch hin. Hat Oliver Birk dann abgeschlossen. Oliver Birk allgemein war sehr bemüht, immer wieder auch Räume irgendwie zu reißen. Aber war auch in der Anfangsphase sonst bis auf das Tor sehr unauffällig. Später, dann hat er mehr geackert wieder. Auch Dugsch hat da so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wirklich ein Spiel zu finden. Aber wie gesagt, hat da wirklich eine tolle Vorlage gemacht. Weiser, das war heute nicht sein Tag. Muss man auch sagen, in der Dreierkette auch Malatini von den Dreien. Auf jeden Fall am stärksten gewesen. Jung und Friedel, immer wieder kleinere Fehler mit drin gehabt. Und so ein bisschen unsicher gewirkt. Gerade hier Jung und Teman über die Seite war immer wieder so eine kleine Ungenauigkeit mit dabei. Ja, gehört vielleicht eben einfach auch bei der Vorbereitung mit dazu. Dann sind wir in der zweiten Halbzeit angekommen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir mit einer anderen Formation gespielt. Nämlich im 3-4-3 mit einem Flügelsystem gespielt. Und das ist vor allen Dingen zum Nachteil von, so glaube ich, Skelly Alvero gewesen. Bin mal gespannt, wer es ähnlich sieht. Für mich persönlich, diesen Auftritt, den Salifu in der ersten Halbzeit gemacht hat, das habe ich mir gedacht und erwünscht, dass Skelly das macht. Und der, muss man einfach sagen, hat in der zweiten Halbzeit wirklich, ja, er hat es versucht. Er ist auch in der zweiten Halbzeit übrigens immer besser geworden im Laufe der Partie. Aber kam nicht an Salifu ran. Auch in den ersten Halbzeit, du hast es gemerkt, da hat sich Werder sehr, sehr schwer getan in dieser Formation. Das Problem vor allen Dingen bei dieser Flügelformation ist, dass wenn du eben aufrückst und du musst das Spiel eigentlich, weil du eben eine klare Überzahlposition auf den Außen hast, musst du das Spiel aber auch über außen machen. Wenn du da aber nicht durchkommst, kommt halt immer wieder dieses Problem, dass du keine Lücke findest. Also du findest keine Lösungen. Das hatten wir immer wieder. Gleichzeitig in der Umschaltbewegung hast du immer wieder ein Loch im Mittelfeld. Denn, das kann man hier ganz gut zeigen, wenn Skelly mit aufgerückt ist, was oft der Fall war, sollte er auch, und Senne sich so ein bisschen hat fallen lassen. Und hier war ein Ballverlust. Hat Skelly gar keine Chance, hinter der Ball zu kommen, was ja ganz klar ist. Und wenn Senne dann eben auch nicht ganz gerade steht, hast du, und das war zwei-, dreimal so, echt die Situation, dass du hier immer ein Riesenloch hast. Selbst wenn Senne hier ist, hast du trotzdem, wenn hier der Ball verloren wird, immer die Anspielation, auf zwei Seiten zu kommen. Und eben dann auch Felix Ahr und Opels, die auch mit aufgerückt waren, haben natürlich auch das verursacht, dass die Innenverteidiger dann breiter standen. Hier übrigens bei Neuzugang, wo Neuzugang steht, hat Heidmann gespielt. Ich habe jetzt nur ihn als Profil noch nicht gehabt, deswegen habe ich hier Neuzugang erst mal hingeschrieben gehabt. Aber sonst stimmt es eben genauso, wie es auch hier war. Ja, das war eben immer wieder ein Loch im Mittelfeld. Also mit einem, beziehungsweise mit zwei ZMs, da tue ich mich echt so ein bisschen schwer. Wenn da keiner von den Stürmern halt mit reinrückt, dann haben wir immer wieder ein Problem im Mittelfeld. Auch in der Offensive galte das. Weil Alvero ist dann mit aufgerückt, auch im 16er ganz mit reingegangen, solle er auch für Kopfwelle. Aber du hattest hier eben, wenn überhaupt, nur eine Anspieler zu mir mit Sende Lünen. Also da muss ich sagen, hat mir die Aufstellung der ersten Halbzeit deutlich mehr gefallen. Ihr wisst ja alle, ich bin eben, würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann mal eine Vierkette wiedersehen. Aber wenn ich jetzt nur die zwei Formationen sehe, muss ich ganz klar sagen, war die erste Halbzeit, finde ich, von der Formation her wesentlich besser als in der zweiten. Justin Jimmer war immer wieder bemüht, da links durchzubrechen. Bei dem waren aber auch immer drei, vier Leute. Er wurde ständig gehalten. Also ich weiß gar nicht, in welchem Lauf er mal nicht gehalten worden ist. Hat trotzdem versucht, Lücken zu reißen. Kieke Topp ist richtig motiviert angelaufen, die ganze Zeit. Also der hat da wirklich zeigen wollen, ey, ich bin hier da. Hat auch seinen Treffer gemacht. Also Kieke Topp hat auch das 2-0 gemacht. Nach Vorlage Kovnatsky, der den gut zurückgelegt hat, den Ball. Kieke Topp dann aber auch mit vollem Risiko rein. Er hätte sich da auch echt verletzen können bei. Muss man sagen, großen Respekt an Kieke Topp, der sei da trotzdem, das Ding noch gemacht hat. Opitz auch sehr, sehr bemüht gewesen. Bei Opitz muss man halt auch sagen, der ist halt gelernter linker Flügelspieler und konnte bei den Profis gefühlt noch nicht einmal auf seiner Position spielen. Er hat jetzt heute rechten Außerteidiger gemacht, also den weiser Part. Und sonst spielt er halt mal linker Außerteidiger. Aber ja, das ist natürlich alles nicht seine Position. Dafür macht er es aber gut. Also rennt die Linie da wirklich auch hoch und runter. Das muss man einfach sagen. Kieke, Grundsolide, kannst du gar nicht auch groß bewerten. Also jetzt bei dem Spiel, weil Ferden auch die, das muss man auch mal sagen, alle Kontersituationen auch ganz, ganz komisch nur ausgespielt hat. Also da hatte die Abwehr eigentlich, wenn überhaupt, immer nur Probleme, wenn man selber Fehler gemacht hat. Eine richtig gute Aktion hatte Ferden gehabt. Da lief der Ball auch mal gut, wurde dann zurückgelegt und dann eben aus der zweiten Reihe Knaller drüber geschossen. Das war dann nichts. Aber Kieke Topp hat mir gerade in der zweiten Halbzeit echt gut gefallen. Jimmer eben auch immer wieder in Ansätzen. waren einfach schwierig. Und Skelly hat sich in der zweiten Halbzeit extrem gesteigert gehabt. Also war im Laufe der Partie dann auch richtig drin und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen gehabt. Im Laufe. Am Anfang war es ein bisschen blass geblieben, muss man sagen. Ja, all in all würde ich sagen, 2-0 gewonnen. Testspiel geglückt. Salifu aber auf jeden Fall eben mit dem besten Spiel aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht heraus. Aber du hast auch gemerkt, also Passunggenauigkeiten waren sehr, sehr viele noch drin. Stellungsspielprobleme waren auch zwischenzeitlich drin. Probleme, also Lösungen zu finden. Gab es auch immer wieder Schwierigkeiten. Hatten dann auch noch Glück, dass Ferden da nie wirklich ein Konter richtig ausgespielt hatte. Da geht auf jeden Fall noch einiges bis zum nächsten Testspiel, sagen wir mal so. Wir sind da ja auch dann im Trainingslager schon. Und da auch schon mal als Info, bei den nächsten zwei Testspielen werde ich wahrscheinlich vom Handy aus den Stream machen müssen, weil ich eben vom 20. bis zum 27. im Urlaub bin. Werde ich wahrscheinlich vom Handy ausziehen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Schauen wir mal. Aber da auch noch mal die Info morgen. Also Montag um 18 Uhr gibt es dann den Stammtisch und da quatschen wir dann gemeinsam noch mal über das Spiel. Jetzt wünsche ich euch erstmal allen einen wunderschönen Sonntag mit euren Familien. Knutscher geht von mir raus. Lasst ihr gerne alle noch mal einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo dalassen, wenn ihr mögt. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann gerne Kanalmitglied werden. Ja, jetzt bin ich erstmal raus, euer Nico und ciao, ciao.